ja und mein name ist an die wahlp und ich bin mario master und zu mario party ist es war ja ich wollte jetzt nicht ins wort fallen was ich sagen wollte war war letzten zehn runden steht an nein du hast nicht genug wird dann die ich war einfach die restlichen trollen da wien haben 30 wenn ich da würde der dir sogar art rettungsringen geben der würde sich dann so um deinen körper rumschlingen und dann würde der zerplatzen dann sagte so was der er passt nicht erst geplatzt bist du dicker geworden und egal das macht 30 münzen der kirmes kran jetzt diese geschicklichkeit gerade die hat jeden so automaten sind ja ja so einer ist es ja siehe doch ich komme an weil er die meisten münzen hat wenn ein menschen wenn ich hier spielen wenn ein spieler da reinfällt bekommt der jenige der den grad steuert ein drittel der münzen habe ich nicht bewegt ob ich bin tot und zwar noch eine menge mit ja ein ganzer haufen ausgezeichnet das block bekomme ich kriege die krise jetzt du hast doch schon gewürfelt ja nein man machte der nahe geplant mit also flot zu dupfen noch nicht entspannter das mit cpu beim menge spielen ja es ist so entspannt weil wir ja nichts tun müssen kann man sich echt gedanken über den tag machen so wie geht es ja eigentlich so gibt es sie gut geht ausgezeichnet wie geht es dir oder so hier geht es kann auch ganz gut auch ganz ausgezeichnet wie ist das wetter so das wetter ist sehr bewölkt und dunkel eigentlich ausgezeichnet ich liebe es wenn das wetter dunkel und grau ist ich liebe es wenn gewitter draußen ist und ich nicht was ich nicht mag ist dass luigi jetzt erster ist verdammte scheiße muss ja ich weiß rennbahn gesundheit oh gott schon wieder die warum stelle ich schon wieder ganz außen gut aber ja ich bin facade nicht so drauf nicht mal bremsen irgendwann nein ich werde niemals bremsen wer brems verliert ja gelobt seit der plus block bevor sie auseinandergerissen wurden waren die beiden einen die dicksten freunde gesicht starre marius aus der gesicht und da habe ich die münzen von diesen acht beklagen dieser dämliche was durch das ist noch mehr beteiligt durchzukommen er ist aber sieben zahlen okay geht durch nicht funktionieren das ist wieder einer dieser tage Ja! perfekt aber ich habe doch gewohnt ein gebast schneider also gerade nicht da lang laufen mit euch auf den armen ich wollte das einfach niemand ich habe mich was ich jetzt wirken jetzt bitte mal auf die 1 da treten danke das spiel wo niemand gewinnt ja endlich kommt er beginnt doch noch stirbt das komm der unendliche kampf beginnt folge mir auffällig ja er geht bei der alleine also jetzt darunter darunter und da er wird mich offen blick runter danke in der letzten sekunde weil ich mehr münzen die ich am browser verlieren kann sehr gut mehr münzen dann bitteschön wenn jetzt keine 1 das würde er sehr begrüßen jetzt ruhig nicht für jeden den tag ich habe dafür gesagt aber du hast ja noch vor schon geändert dachte ich stand darauf ich habe ich niemals zulassen never mario ja genau das kann so bleiben so soll es bleiben gibt mit zehn münzen nicht mehr für einige sterne wandern ja die menge asche eine menge asche da ich keine münzen bär das war dann nochmal das mit dem ballon ja ich hätte es aber ehrlich gesagt gesagt du würdest gewinnen ein bisschen schneller gemacht diesmal luigi ist erst dass ich gerade ja weil hier gerade 30 münzen abblechen musste es ist luigi zweiter barriere ich glaube war so wird gewinnen zwei platzierte ja immer dazu ich frage mich warum noch nicht der letzte spiel ich werde schon wieder am ende irgendwie ausgelt aussortiert im ending doch mal im ending vorkommen druck aber danke danke von dir klauen müssen nein 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 das hast du nicht noch mal schaffe ich bin sehr gespannt ich bin wie lange mein controller noch überlebt weil meine batterieleistung ist nach was ganz ruhig war was die nummer drei menschen für mich direkt aus der röhre da habe ich dir mal ein paar menschen ja 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 noch ach komm was sagt oder so gut profi hinterlegt bei irgendjemanden ja ich habe keinen profi hinterher geschmissen der hätte mit stern stehlen können wenn er den stern geklaut hätte wäre jetzt erster platz gewesen ja schon aber warum warum genau man kein team spiel deswegen auf team spiel jetzt haben wir eins da wir jetzt nicht die glühbilder halten müssen wir beschützen vor ihnen selber joshi kopflos mario man diese kreis der wettkopf müsse nein das ganz weg hin geht den geld gar nicht es will ich nicht mehr da war ja ich will hier das heißt gerade höchst aus als ob er verschlungen wurde man kann ja noch alles kann ja nicht alles kann schief gehen das ist mario party sollte sich daran mittlerweile gewöhnt haben und ich habe ein dreimal plus gemacht cool noch mal machst du hier nicht den ständen erklär mir das war bitte ja wir sollten ein paar antifisch geschützt wie auf diesem insel anbringen ich glaube ein bisschen zu oft ja ja vor allem du musst machen ich habe mich schon angewöhnt entspannt im versteckter fetisch von ja sich ständig von fischen auffressen zu lassen und wieder ausgespuckt zu werden hey zwei gegen zwei er war beispielsweise die kleppner gegen die tiere die k machst du ich sah denn irgendwie dann nur die ganze zeit wieder auf die aufgehüpft ja ich habe versucht in den ball zu klauen du besitzt weniger als tschüss noch alles passieren ja weiß nicht wie auch schon genau immer vorm stern gelandet das taucher und sie fährt meine 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 hier muss man gar nicht im schiff muss man nur zur oberfläche bringen liegen alle automatisch auf das schiff 13 münzen wie hast du das gemacht ein stern noch bitte landen ein stern würde ich mir noch einfach so es ist nicht letzter noch passieren ja wo ich gerade sei das kann kann alles doch passieren will ich nicht mann ich meine wie viel der hat der sommer was abgeben alter wie viel hast du ihm abgenommen 20 münzen ja das setzt sich da einfach ab jetzt alle müssen den links einpacken können gibt alle eure sterne auf groß große münzen prügeln auf luigi auf luigi hat er überhaupt münzen egal scheißegal einfach draufkloppen der hat münzen dann kann ich noch mal starten aber seine das würde mich da will ja ich gebe es ist 20 münzen grausam sie haben die 20 münzen gestohlen nun weißt du wie ich mich fühle naja weil wir ständig browser verprügeln jetzt noch mal das ist neues aber wir müssen den kontrol sich halt schnell im kreis drehen die ganze zeit durchs dreh und durchdrehen des kontrol sticks mit dem boot den fluss hinab kommt ihr den ufer zu da stechen durch die schei geist vielleicht ein bisschen üben sogar au 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 die tue mal nach ja oh no ity no ity da haben wir haben alle verloren ich hab so wenig mehr kriegt den spielstern jeder joshi das bin ich hat er mit stern er geht an die köln der werbe kommt der eignen sterben wir beide ausgezeichnet glaube ich habe gewonnen da bleibt mir am münsten also ich bin gespannt bin ich sicher tatsächlich ein vorteil das mein geto ja durch gewicht am anfang so scheiße würde ich aus ja und dann gewinnst du einfach mit dem boden sterne schule sind weg und ich glaube joshy hey was gehabt währenddessen auch an dieser warum steht luigi nicht hinter dem unter dem warum stehe ich unter dem stein blog was ich mit 40 münzen besiegt und bekommen neun münzen als zinsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und jetzt die städte schön ja das war es dann für den part joshi hat gewonnen ja auch wenn es ganz ganz knapp war dann geht es beim nächsten mal weiter mit dem letzten drei stelle zwei stelle brett oh mein gott ist